Einen wunderschönen guten Tag. Heute probieren wir mal den Gönnergy Sweet Lemon. Der ist relativ neu von Monte. Er ist zwar schon ein paar Tage draußen und es haben bestimmt schon tausende Leute Videos dazu gemacht. Aber leider war er irgendwie schon eine ganze Weile bei uns ausverkauft. Aber naja Leute. Ich werde ihn jetzt hier zusammen mit euch das erste Mal probieren, damit ihr das nicht tun müsst. Also, riecht sehr nach Chemie das Ganze. Ich muss sagen, der Energy schmeckt fast so, als ob man versucht hätte, einfach Sprite nachzumachen und es absolut nicht hinbekommen hat. Also erstmal Real Talk Leute. Bei diesem Getränk gehen definitiv überhaupt keine Kaufempfehlungen raus. Definitiv nicht. Also, ich weiß nicht, was die Leute sich dabei gedacht haben, als sie diesen Energy rausgebracht haben. Er schmeckt wirklich richtig widerlich, Leute. Also, kauft ihn euch auf gar keinen Fall. Das ist meine persönliche Meinung zu diesem Getränk. Und ja, ich hoffe, ich konnte jetzt dem einen oder anderen helfen, einem eventuellen Fehlkauf hier irgendwie vorzubeugen. Also, wie gesagt, geschmacklich, ich würde ihm noch nicht mal 3 von 10 Punkten geben, weil wirklich... Ich probiere nochmal. Nein, wie gesagt, es schmeckt einfach so, als ob irgendjemand versucht hätte, Sprite nachzumachen und übelst versagt hätte, Leute. Also, erstmal Real Talk. Also, das ist jetzt auch kein Hate oder sonst irgendwas. Es schmeckt mir wirklich null. Da würde ich definitiv irgendein Billish Energy aus dem Netto trinken oder sonst irgendwas. Naja, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, ist schön. Falls nicht, ist auch schön. Und ich würde sagen... Jujo. Dann.